Einleitung und 360 Grad Ansicht Kurz vor der Photokina 2012 stellte Canon seine neue Einsteigerspiegelreflexkamera mit Kleinbildsensor vor und führte dafür gleich eine neue Serie ein. Die Canon EOS 6D soll einen preiswerteren Einstieg in die Kleinbildfotografie ermöglichen, wurde dafür aber auch im Vergleich zum höherwertigen Modell Canon EOS 5D Mark III in einigen Punkten deutlich beschnitten. Die Bildaufnahme übernimmt bei der Canon EOS 6D ein 36,0 x 24,0 mm großer Kleinbildsensor mit einer Auflösung von 20,2 Megapixel und einer Sensorempfindlichkeit von ISO 100 bis ISO 25600. Über die ISO-Erweiterungen sind zudem ISO-Äquivalenzwerte von ISO 50, ISO 51200 und ISO 100-2400 möglich. Als Bayonet verwendet Canon bei der EOS 6D natürlich das bekannte EF-Bayonet. Durch den Bildsensor in Kleinbildgröße besitzt die Spiegelreflexkamera einen Cropfaktor von 1,0. 4,5 Bilder pro Sekunde erreicht die Canon EOS 6D bei der Serienbildaufnahme. Das Autofokus-System arbeitet mit 11 Fokussensoren, wobei nur der mittige davon als Kreuzsensor mit einer höheren Empfindlichkeit bei Blende 2.8 ausgelegt ist. Auch bei der Belichtungszeit bewegt sich die Canon EOS 6D nur auf Einsteigerniveau. Als kürzeste Belichtungszeit erlaubt die Kamera 1,4 Sekunde, maximal sind 30 Sekunden möglich. Das Display der EOS 6D ist 3,0 Zoll groß und löst hohe 1,04 Millionen Subpixel auf. Gedreht und geschwenkt werden kann es aber nicht. Der optische Sucher deckt 97% des Bildfeldes ab und vergrößert 0,71-fach. Videos nimmt die Canon EOS 6D in Full-HD-Auflösung mit bis zu 30 Vollbildern pro Sekunde auf. Neben den stärker komprimierten Interframes können die Videos dabei auch mit weniger stark komprimierten Interframes gespeichert werden. Das integrierte Mikrofon kann gepegelt werden, zeichnet aber nur monoton auf. Ein externes Mikrofon lässt sich anschließen. Als erste Spiegelreflexkamera von Canon besitzt die EOS 6D ein integriertes WiFi- und GPS-Modul. Damit ist die kabellose Kommunikation sowie die Speicherung der Aufnahmeorte der Bilder möglich. Bilder und Videos legt die Canon EOS 6D auf einer SD, SDHC oder SDXC Speicherkarte ab. Mit Akku und Speicherkarte aber ohne Objektiv bringt die 14,4 x 11,7 x 7,1 cm große Canon EOS 6D 770 Gramm auf die Waage. Neben diesem Einfühlungsvideo stellen wir Ihnen die Kamera in weiteren Videos detailliert vor. Darin erfahren Sie zum Beispiel Näheres zur Ausstattung und der Bildqualität.